Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Matteschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick, Alexander Kirchmeier und Oliver Minzlaff die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Marc Matteschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt. Marc Matteschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt. Die Entscheidung ist mir schwer gefallen, weil die Organics bei Red Bull ein Herzensprojekt von mir sind. Aber ich halte nichts davon, sowohl Angestellte als auch Gesellschafter in der gleichen Unternehmung zu sein. Ich werde mich auf meine Rolle als Gesellschafter konzentrieren, werde sie so interpretieren und mich so einbringen, wie ich das für sinnvoll und nötig erachte, wird Matteschitz in der Aussendung zitiert. Die Führung von Red Bull, heißt es weiter, sei wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, erfolgt. Markus Weber werde weiterhin die Verantwortung für das globale Beverage-Marketing tragen. An Watzlawick berichten und zusätzlich die Prokura erhalten. Roland Konkin, Walter Bachinger und Volker Fichtbauer, die ihre bisherigen Positionen verlassen, werden als Berater für Red Bull an Bord bleiben. Sie werden mit ihrer Erfahrung und ihrem Know-how das Board of Directors und damit letztlich uns alle dabei unterstützen, die Arbeit meines Vaters erfolgreich in seinem Sinne fortzuführen, so Marc Matteschitz. Bachinger und Fichtbauer sollen als Geschäftsführer der Distribution und Marketing GmbH, die 49% der Geschäftsanteile der Red Bull GmbH halte und nun im Besitz von Marc Matteschitz stehe, mich persönlich unterstützen, so Matteschitz.